Heute ist vielleicht ein guter Moment, auch für mich und damit habe ich mein Frieden gefunden, um einfach hier für euch zu singen, Musik zu machen, denn Musik verbindet, auch wenn es den Menschen nicht helfen kann, aber ich möchte ein Zeichen der Solidarität senden und deswegen tragen wir heute natürlich auch dieses kleine Zeichen und vielleicht, wenn ihr heute, nach diesem Tag... Wenn ihr heute vielleicht, nach diesem wunderschönen Tag, nicht nur die Sonne scheint, sondern wie gesagt, wir können uns alle gemeinsam verbinden und wir tragen, glaube ich, ziemlich viel Liebe in unserem Herzen und fahren damit dann auch irgendwie nach Hause, vielleicht können wir uns dann sagen, heute habe ich etwas Gutes erlebt, vielleicht gebe ich etwas Gutes zurück und spende oder ich weiß nicht, oder fahre irgendwo hin und helfe vielleicht wirklich aktiv mit. Ich glaube, wenn jeder so einen kleinen Teil dazu beiträgt, dann können wir der ganzen Welt zeigen, dass es ohne Krieg auch geht und wie gesagt, ich verabscheue zutiefst, was da gerade vor sich geht und vor allem diesen einen Menschen, ich glaube, ihr wisst, von dem ich spreche. Dieser eine Mann, der Zutaten macht das. Aber wir gemeinsam können, glaube ich, die ganze Welt zusammenhälter, muss es nicht, hoffe so sehr, dass es mal sein Ende hat. Von daher, ich singe jetzt für euch, gleich gemeinsam mit euch, Freiheit, okay? Am Klavier wird mich Pascal Grawitz nicht nur begleiten, sondern er wird gemeinsam mit mir dieses Lied singen. Von daher, alle gemeinsam mit euch.